Diese zwei Männer kommen Tatort-Fans sicherlich bekannt vor. Miroslav Nemec und Udo Wachtfeitel. Im Münchner Tatort spielen sie die Kommissare Bartitsch und Leitmeier. Am Mittwochmorgen drehten sie vor dem Tierpark Hellerbrunn eine Szene für eine neue Münchner Tatort-Folge. Der Tierpark jedoch nicht der einzige Drehort in dieser Woche. Wir haben erfahren, dass in den kommenden Tagen auch noch an weiteren Orten in München das Set aufgebaut wird.